Diesen Beitrag widmet Ihnen der Elektro- und Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Aus edlen Materialien gefertigt und dennoch pflegeleicht. Badezimmer von heute werden immer mehr zum Wellness- und Ruheort. Das Wohlbefinden, das das Badezimmer ausstrahlt, wird einfach immer höher geschrieben und deshalb ist natürlich der Holz und natürliche Materialien wird da sehr häufig verarbeitet. Erlaubt ist, was gefällt. Also das Badezimmer von heute ist modern, zeitlos, aber auch funktional. Worauf es bei der Planung ankommt, das wissen die Experten vom oberösterreichischen Einrichtungsfachhandel. Es soll einfach ergonomisch sein, es soll enorm viel Stauraum bieten und es soll einfach genau auf die Kundenwünsche abgestimmt sein. Was für das enorm praktische ist, allein schon für die Übersicht, sind natürlich Schubladen. Man sieht die Lade raus, hat alles schön im Blick von oben, man kann die volle Tiefe gut nutzen, was auch enorm wichtig ist und natürlich aber auch bei Hängeschränken oder auch Spiegelschränken wird eigentlich immer dahinter was verbaut, weil einfach das nur mehr zusätzlichen Stauraum bietet und man hat alles schön übersichtlich auf einen Blick. Ein Badezimmer von heute wird exakt nach Kundenwunsch geplant und maßgefertigt. Auf einen Millimeter genau wird das angepasst, nicht nur bei den Schränken, die der Tischler macht, sondern auch bei den Waschtischen, Waschbecken und natürlich allem Zubehör und drum und dran. So wird auch ihr neues Badezimmer zu einer echten Wohlfühloase.